Wir hier, die Stadler Service GmbH, gegründet rund vor 30 Jahren, haben uns als Ziel gesetzt zu fertigen, Rohstoffe zu verarbeiten. Wir sind tätig für einen der größten Lebensmittelhersteller der Welt im Bereich Babynahrung, Hochhygienebereich, Pharmazie und auch Automobilzulieferer und Automobilbereich. Wir verarbeiten Schwarzbleche, S235 bis Harddox, Mangan, V2A, V4A, Aluminium. Wir hatten vorher eine HPA 260 XT über lange Jahre im Einsatz. Wir haben uns entschlossen hier für eine Zinseranlage mit Hyperterm, weil wir kostengünstiger produzieren können und einfach schlagfertiger sind wie andere. Durch unsere Flexibilität in der Fertigung sind wir in der Lage kurzfristige Lieferzeiten einzuhalten. Eine neue tolle Möglichkeit, was die XPA 300 noch bietet, ist es sich direkt mit dem Handy in die Stromquelle einzuwählen und die Gasdrücke etc. einstellen zu können. Musik 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 Musik